Wie Sie Ihr erstes Bild mit Zeiss Primostar 3 aufnehmen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Labor oder im Hörsaal und Sie wollen ein Bild von Ihrer mikroskopischen Probe aufnehmen. Und das ohne die Bedienungsanleitung zu lesen oder lange am Gerät herumfummeln zu müssen. Mit Primostar 3 von Zeiss ist das ganz einfach. Versprochen! Und so funktioniert's. Schalten Sie Primostar 3 ein. Legen Sie Ihre Probe auf den Probentisch und fixieren Sie diese mit den Probenhaltern. Wählen Sie jetzt die gewünschte Vergrößerung durch Drehen des Objektivrevolvers aus. Dann passen Sie den Augenabstand und die Höhe der Okulare an, sodass ein überlagertes Bild entsteht. Jetzt können Sie fokussieren, bis ein klares, scharfes Bild mit feinen Strukturen zu sehen ist. Wenn nötig, passen Sie die Helligkeit der Beleuchtung an. Drücken Sie dann den Aufnahmeknopf. Ganz einfach, oder? Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.